Musik 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 Hier sind wir auch beim Ende, wie es aussieht, langsam Oh wow, nochmal gegen die Kämpfe, voll die Verarsche Musik 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 Ich habe schon, ja, 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 ist gut Musik 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 lasst mich doch in ruhe ja war 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 Alter! Man, damn it! Machen, damn it, ja! Ko, ko! Au, au! Together! Bounce, bounce, bounce! Ah, der ist schon kaputt! Den! Ich weiß auch nicht! Was mache ich das denn? Dass er nie was bringt! Guck mal! Ja! Ja! Ja, ihr klein! Ja, noch! Fall um! Ja! Was soll ich das denn machen? Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! steh steht ja 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 ok, gerade eben war es Zeichentrick Zeichentrick Was? What the fuck? Boom Boom Zack Falsch, ne? Boom Uuuu Uuuu Nur noch gegen Carlo kämpfen, oder? Ja, klar Carlo Man kann sich ja böse Tricks Oh ja, komm Erzähl mir nix Au Au Ja Schön Ja, auch keine Pausen kann ich mehr verwenden Das ist natürlich richtig schön Ja, komm Ist halt auch scheiße, dass du in einem Kampf nur 4 Pausen benutzen kannst Ist halt auch so, ja Oder wenn du halt nicht mehr nachrüsten Du rüstest Nicht noch mehr mitnehmen kannst Ja, komm Ich kenn euch Ja, genau Und nochmal von vorne Ja, das ist richtig Gut Es macht richtig Spaß Ja, das ist richtig Krass Ich mach wirklich damage Ich mach wirklich Komm her Komm Und erst der weg Zack Ja, genau Ich verscheiden wollen die noch drücken Ich kann ja, wenn die mich ganz zuhause nichts mehr tun Nichts Ist ja schlimmer wie Dark Souls zu spielen Mein Gott Und da muss man sich den Scheiß auch nur noch mal mit tausend mal angucken Um zu sagen Ha, du hast es nicht geschafft, du bist schlecht Nein, das war bei Riku Ich mach keinen Schaden Das ist der Feind, ey Ja Ist doch scheißegal Kannst du nur nur den einen anreißen Ja, ja 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 Darf ich ihn mal abhauen Schlägt den ganze Zeit weiter Ich drücke dich mal Schlagen Oh mein Gott, wie kleine Nervensegen. Komm, geh down, geh weg, geh weg, geh einfach weg, geh einfach weg. Ja, er kann das ja. Ich bin hier fast tot. Ja, ich verarschen. Sagst du das einfach. Ja, 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 man, geh weg. geh weg hau ab nur nervensäge ja genau in der haute wird ab kann ich mehr runter noch schlimmer ja kommste karl ja fast damit ist ja alles vorbei würde ich treffen vor allem der ist runter gesprungen war nicht schon unten voll cheating ein kleiner hacker ja 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 Komm, das war's, shut up. War das der End-Boss, oder kommt noch einer? Haben wir es, oder kommt noch ein Maulwurf? All for one, and one for all. Oh, Mann! Zack! Die Welt ist gerettet. Läuft! Die Welt ist gerettet. Ich fühle mich, dass etwas amiss war, fast als Sora und Riku departeten. Xehanort muss wissen, was wir versuchen, bevor wir sogar begonnen haben. Aber Sie wissen, wo sie sind. Sie müssen verstehen, dass diese Analyse nicht wie die Marken der Masterie ist. Aber in der Lage, was sie jetzt machen müssen, war es eine Neuheit. Wenn Sora und Riku einbeziehen, indem sie die sieben Dörren mit den sieben Püren-Lights zurückkommen, mit einem neuen Macht. In diesem Punkt, sie werden beide realen Meister. Jedoch, die Gefahr machen dies mehr als die Tests. Aber sie sind jetzt安全? Bevor sie ihre Werte, ich würde sie glauben, dass sie sind. Jedoch, meine Versuche zu holen und Riku zu holen, enden, zu zweitlich. Zehannot ist ein Taktiker. Wir können nichts tun, das er nicht zu einem bestimmten Fall kann es sich präzise. So? Wie Sie sehen können, die Mitglieder der Organisation sind wieder komplett Leute. Xehanort wird nicht anders sein. Wir können uns nicht auf einen anderen Moment beurteilen. Wir müssen die Strategie auswählen, um den Xehanort zu beurteilen, und ihn aus der Runde. Ich muss Ihnen noch einmal warnen, die Straße wird nicht leicht sein. Sehr gut. Lass uns sofort in den Weg gehen. speicherpunkt sims aller bim achtung fertig los 100 preise ich bin da die ganze zeit erst mal 250 weißt du hier wir go hier wir go alter willst du mich verarschen au gar nicht so einfach jetzt habe ich nicht mal aber ich habe es auch schnell 10 egal durch Hey! Woho! Obwohl du oft überall in der Gegend bist. Ach, der Dingszauberer. Wie heißt's? Zauberflöte. Ja. Wow! Boah, das haben wir immer auswendig anmussen. Musst du gleich kämpfen? Game over. So. Ist das... Bin ich zurück in der Maester Yen-Sid-Tower? Was sieht aus. Gar nicht, er ist bloß sauklein. Wie ist das? Wie ist das? Ist das eine Keyblade? Wer bist du ein Apprentiz? Ich bin Mickey, der Apprentizier. Apprentizier? Warte, bin ich in einem Welt, in dem der King noch in der Training war? Also, das bedeutet, dass diese Welt schlägt? Was ist falsch? Was? Oh, uh, ich bin Sora. Der Apprentizier von... Hey, hör mal, du magisch... Ich muss das aufhören. Mickey, was kann ich tun, um dich zu retten? Danke, Sora. Aber es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Ein Monster hat diese Musik. Und er hat eine Schmerz, die jemanden zu gehen, um ihn zu kämpfen. Für die Schmerz, wir brauchen eine Sound-Idea. Es ist der Dream-Eater, die ich weggehebte. Okay, wo bin ich eine Sound-Idea? Was? Du findest eine für mich? Natürlich. Danke. Es ist nicht jeden Tag, dass ich ein Favor für den King mache. Huh? Hast du etwas gesagt? Oh, nichts. Long story. Also, was ist eine Sound-Idea? Hmm. In dieser Musik-Score sollte man ein Power, der kann auswählen, die all die Schmerz. Aber du musst dich bemerken. Zwischen die Schlüsse und Noten sind die Monster. Nicht so stark als die große, aber trotzdem ziemlich stark. Ach! Man hat's. Ah! 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 Symphony of Sorcery. Simsalabim's Symphony. Simsalabim, drüge die Tasten auf der leuchten Linie und halte die Tasten auf der grünen Linie gedrückt, um mitzugreagieren. In manchen Gegenden verändern Komponisten die Umgebung und öffnen ihren neuen Wege. Mein Gott. Es ist lang her. Mein Gott. Okay. Oh ja. Jetzt gucken wir erstmal im Shop noch. Vielleicht gibt es ja jetzt was Neues. Düstere Fantasie. Kann es sein, dass man nur Sachen hat, die man einmal gefunden hat, dass man die dann kaufen kann. Wenn man die noch nie gekriegt hat, dass man die nicht kaufen kann. Ja, aber dann müssten wir diese grünen Fantasie aufregen. Und von der Spielefansie brauchen wir ja drei. Stimmt. Wir können aber ein bisschen Kuppel-Kuppel machen. Anklicken. Oh Gott. Wir können auch. Fertigkeitsdinger mal schauen. 292. Ja. 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 Kann ich wechseln? Kann ich wechseln? Jetzt wechseln. Zack. Uhu. Mehr nicht. Bei ihm. Zack. 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 Ähm. Das. Und das. Yeah. Geilig. Mann. Können auch gucken, ob wir vielleicht mal so kreieren können. Das muss jetzt kein Tyreek sein. Ah. Ne Megaman. Können habe ich machen. Ah. Ah. Gagaglocke. Hm? Der ist Gagaglocke. Gut, gäh? Oh Mann. 25. Schaff schon jetzt einfach mal ein Habicht. Ah. Und jetzt nicht mehr Habicht. Das ist der. Der Kuppel-Kuppel. Oh Gott. Nein. Gagaglocke. Passt. Ah. Ah. Gagalala. Wir gucken mal, was denn nächstes Mal hier in dieser Story passiert. Viel ist ja nicht mal. Es sind noch zwei Schlüsselwelten, die wir noch bereisen müssen. Schauen wir mal. Ja, gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.